Der Tag erwacht über Alexandria, erneut ein Tag des Bürgerkrieges, der mein Land zerreißt. Ich, Kleopatra, Königin von Ägypten, werde meiner Nation den Frieden und seine einstige Größe zurückgeben. Und du, Thomas aus Kaldäer, wirst mir helfen, eine Weissagung zu erfüllen, von der das Schicksal Ägyptens abhängt. Finde die heiligen Tafeln und meinen Sternendeuter, der auf so mysteriöse Weise verschwand. Die Stadt versinkt im Chaos. Selbst unsere Bibliothek wurde zerstört. Du musst ihn finden, doch sei auf der Hut. An jeder Ecke lauern Gefahren. Ich kann niemandem mehr trauen. Zu viele Spione stehen im Dienst meiner Feinde. Ich, Kleopatra, die Größte aller Königinnen, lege mein und das Schicksal Ägyptens in deine Hände. Kleopatra, Schicksal einer Königin, bald überall im Handel.